Das Thema wäre schon ganz interessant, wenn wir das global sehen. Ich, mein Name, Rudi Kudowitsch, komme aus dem Vulkanland, das ist der Südoststeiermark, und bin dort in der letzten Zeit als Unternehmer tätig gewesen, also die letzten 35 Jahre. Mit 18 1,5 Jahren bin ich ausgewandert nach Australien, Kanada, Amerika, und war eine wunderschöne Zeit. Weil ich jung war, jetzt bin ich noch mal jung im Geist, aber es gefällt mir. Zur Biotrafie. Wie wird man Unternehmer? Zuerst musst du mal irgendwo Mitarbeiter sein. Und dann hast du eine Idee. Hey, das könnte funktionieren. Du schlagst es deinem Chef vor und der sagt, nein, das interessiert mich nicht. Dann sage ich, okay, wenn es den anderen nicht interessiert, mich interessiert es. Und so habe ich damals 700.000 Schilling, damals noch in Schilling-Währung, in mich investiert, in eine Idee. Wenn die Idee nicht aufgegangen wäre, wäre ich vielleicht gar nicht da. Aber sie ist aufgegangen. Das war eine unsichtbare Befestigung. Mit dem Unsichtbaren habe ich sowieso ein bisschen jetzt in der letzten Zeit. Unsichtbare Befestigung, das ist, wenn ihr euch vorstellt, so ein Dübelsystem. Denn meine Branche ist der Großhandel in Befestigungstechnik. Und die Tischler haben immer wieder ein Problem gehabt, dass sie einfachst etwas an die Wand oder Holz-Holz-Verbindung haben möchten, wo sie von draußen keine Schraubverbindung haben wollten. Und da habe ich einen Nagel entwickelt, den nenne ich den Rukunagel. Mein Name ist Rudi Kulowitsch, R-U-K-U. Und das ist mein Firmannamen geworden. So einfach wird man Unternehmer. Du brauchst einen Firmennamen wählen, eine Erfindung machen und dann gehst du dahin. Dann sind aber die Behörden noch. Die Behörden, die darf man nicht ganz vergessen. Die wollen vielleicht nicht ganz oder wollen dich in eine richtige Richtung drängen, damit du dich sozusagen in eine Verschuldungsfalle bewegst. Weil ohne Geld geht nichts. Jetzt musst du mal zur Bank gehen und da brauchst du ein bisschen einen Hintergrund. Und mein Vater war sein ganzes Leben Hilfsarbeiter. Der hat sich aber trotzdem zu einem Wohlstand, also wir haben ein Haus gehabt und das hat er mir vermacht. Also da war er in meinem Alter jetzt und hat das schon weitergegeben. Und dadurch konnte ich eine Hypothek aufnehmen, also 700.000 Schilling. Er war nicht ganz überzeugt, dass das funktioniert. Aber er hat gemeint, naja, irgendwas musst du ja zulassen. Es hat funktioniert. Mittlerweile bin ich schon in Pension und da ich alles so organisiert habe in meiner Firma, dass die mich eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber ich habe gesagt, drei, vier Tage möchte ich schon noch arbeiten in der Firma im Monat. Was mache ich mit der übrigen Zeit? Und da habe ich gesagt, da mache ich genau das, was ich schon seit 45 Jahren denke, Leute zu informieren. Nämlich das, was da drinnen ist. Und da sage ich, ich bin ein lösungsorientierter Mensch. Das heißt, wenn etwas nicht so funktioniert, dann versuche ich eine Lösung dafür zu finden, umzuwandeln zu einer Richtigkeit, wo alle Teilnehmenden sagen, ja, das ist klar, das gefällt mir. Das ist zwar gut in der Theorie, aber in der Praxis funktioniert es halt nicht immer ganz so. Ich habe vor 45 Jahren ein interessantes Erlebnis gehabt. Ein Erlebnis, das man so deuten kann, wie eine, du erhältst eine Vision. Kannst du es aber nicht deuten, von wo du es hergekriegt hast. Es ist einfach in deinen Kopf hinein projiziert worden. Und da ist mir, das war so Mitternacht, bin ich so aufgewacht und habe so, wie wenn ich einen Traum gehabt hätte. Es war aber nicht ein gescheiter Traum, sondern es war etwas, so etwas Reales, dass ich mich so begeistern konnte und sagte, das ist es. Das ist es. Also das schon mit 20 oder 21 Jahren, wie ich alt war, ist mir das schon gekommen. Und der Traum hat gehandelt von einer Welt, wo die Menschen das Geld nicht mehr verwenden. Ohne Geld geht ja nichts. Und dann sind meine Fragen gekommen an das sogenannte Universum, dem ich das zugeschrieben habe, der mir das gesandt hat, diese Vision. Jetzt hole ich was tun draus. Jetzt habe ich begonnen, die Leute zu informieren. Ich habe gesagt, du, ich habe eine interessante Vision gehabt, die mich so begeistert. Wie wäre es, wenn wir eigentlich das Geld nicht mehr benötigen würden? Ich habe dir einmal angeschaut, wenn ich von einem anderen Stern wäre. Du hast einen totalen Duscher. Ohne Geld geht nichts. Und wer würde denn noch arbeiten, wenn es kein Geld mehr gibt? Und, und, und. Und dann habe ich die Antworten anders formuliert oder die Fragen anders gestellt. Habe ich gesagt, würdest du mit deinem jetzigen Leben tauschen, wenn Folgendes passieren würde? Du brauchst nur neun Monate arbeiten. Du kannst dir die Arbeit aussuchen, wo du arbeiten möchtest, wie du arbeiten möchtest. Du musst ihn nur einbringen als Gesellschaftspart. Und du kannst drei Monate Urlaub machen, wo du möchtest, wie du möchtest. Wird da alles genehmigt. Und den Besitz, den du jetzt hast, kannst du für dich verwenden. Es gibt allerdings ein Ding, es gibt kein Geld mehr, weil wir das nicht mehr brauchen, weil wir uns alles füreinander zur Verfügung stellen. Jede Arbeit nach seiner Leistungsmöglichkeit bringt sich ein. Und wir erzeugen genau das, was wir jetzt auch erzeugen und haben alles zur Verfügung. Wir brauchen das Abrechnungssystem nicht mehr dahinter, wo zwei Drittel der Arbeitszeit benötigt wird, um das Abrechnungssystem aufrecht zu erhalten. Sobald ich gesagt habe, es gibt kein Geld, haben sie abgeblockt. Nein, das will ich nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Nein, das ist ein Blödsinn. Und außerdem, hör auf mit dem Blödsinn. Aber es hat sie trotzdem fasziniert, weil manchmal haben wir bis drei, vier in der Früh kommuniziert. Und einmal sind wir sogar ausgehalten bis sechs in der Früh. Also es hat sie schon interessiert, aber sie konnten es sich nicht noch vorstellen. Und so habe ich 20 Jahre verbracht und habe die Leute informiert. Weil es ein bisschen langweilig geworden ist, habe ich halt meine These eingeworfen, um ein bisschen in Kommunikation zu kommen. Und dann war einer da, der hat gesagt, ja. Ja, das könnte ich mir vorstellen, das ist gar nicht so blöd, das habe ich mir auch schon einmal gedacht. Habe ich so, wie bitte? Und der konnte ich es wirklich vorstellen. Ich habe gesagt, ja, brauchen wir eigentlich nicht das Geld. Für was ist das notwendig? Dann kam eine Zeit vor ungefähr sieben Jahren, acht Jahren. Da hat der Franz Hörmann bei uns in Feldbach, den kennen Sie ja alle, hat der Franz Hörmann einen Vortrag gehalten unter circa 200 Leuten damals in Feldbach. Interessant, dass da so viele gekommen sind. Und auf einmal steht drauf, das Ende des Geldes. Hurra! Ich bin aufgesprungen von lauter Begeisterung. Das ist es, jetzt ist es da. Jetzt habe ich mir schon 40 Jahre darauf gefreut. Und jetzt erzählt er in seiner Fachsprache, wie das alles funktionieren kann. Jemand, der natürlich sofort das Buch besorgt, das nachgelesen und nachstudiert. Halt, das wäre gar nicht so blöd. Informationsgeld. Und dann kam, wenn man sich auf den Weg macht, kommt man natürlich zu allen anderen auch. Ubuntu zum Beispiel. Da kriegen wir ja erst von Philipp noch einen Vortrag. Und das hat mich total begeistert. Da ist nämlich alles das drinnen gestanden, was ich nicht verfasst habe in einem Buch, aber genau gewusst habe. Es ist so tatsächlich realisierbar. Und es wird auch kommen. Da brauchen wir uns gar nichts denken dabei. Nur wie kommt es? Oder wann kommt es? Und da war es vielleicht notwendig, dass wir uns gegenseitig behilflich sind, in der Erwartungshaltung, dass wir das weitergeben, diese Informationen an andere Menschen und sagen, stell dir vor, wie schaut es aus? Dem das Buch vielleicht schenken. Ich habe 20 gekauft, werde ich verteilen bei meinem Symposium. Zu dem komme ich dann noch. Um die Information zu transportieren. Wir sind in einer Informationsgesellschaft beheimatet, wo so viel auf uns runterkommt. Informationen aus den Medien. Wir wissen vor lauter Angst schon gar nicht, wann der Crash kommt. Alle beschuldigen alle. Die sind schuld, die sind schuld. Vor allem natürlich die Politik, die Wirtschaft. Und da springe ich sofort auf. Moment, Moment, Moment. Ich bin auch von der Wirtschaft. Außerdem, wen meinen wir in der Wirtschaft? Ja, da sagen sie ja, dich eh nicht. Du bist jetzt gern. Aber die Großen, die Industriellen. Aber ich sage, aber die brauchen wir auch. Die haben ja 40% Marktanteil. Wir sind zwar 99% Klein- und Mittelbetriebe, aber die haben trotzdem, weil die nur 1% sind, haben sie 40% Marktanteil. Weil wir das sogenannte Monopoly-Spiel spielen. Und deswegen ist es so, wie wir es haben. Und wenn wir ein anderes Spiel spielen wollen, dann müssen wir nachdenken, wie wir das Spiel spielen wollen. Und wir müssen das Denken lernen. Und deswegen mein Vorschlag, wir müssen die Idee transportieren. Wissensvermittlung. Ja, ich habe begonnen vor einem Jahr, das umzusetzen. Ich habe Glück gehabt in der letzten Zeit, die letzten drei Jahren. Wir haben eine Umstellung der politischen Szene in Feldbach realisiert. Da sind Gemeindezusammenlegungen gewesen. Und in diesen Gemeindezusammenlegungen hat, zuerst war ein sogenannter SPÖ-Bürgermeister, der gemeint hat, er bewirkt alles. Er macht alles. Und ich war auch im Gemeinderat, aber in der Opposition. Also er hatte nichts zu sagen. Das hat er auch immer uns bewiesen und gesagt, euch brauche ich nicht, weil ich habe die Mehrheit. Und wenn du die Mehrheit hast, kannst du anschaffen. Dann sind 49 Prozent der anderen Wähler nicht mehr gefragt. Das ist das politische Kalkül. Du brauchst nur die Mehrheit haben. Das heißt, über 50 Prozent, dann kannst du alles anschaffen. Dann kannst du hinweggehen gegenüber den anderen 49 Prozent, weil das dich nicht mehr interessieren, weil du das darfst, was du machst. Also hat der Bürgermeister immer von sich gegeben, ich habe gemacht, ich habe gemacht, ich habe gemacht. Und einmal bei der Gemeinderatssitzung habe ich gefragt, beim siebten Mal, darf ich schon applaudieren, wenn er so viel gemacht hat? Nein, es kommt noch was, hat er gesagt. Da sind tatsächlich noch drei Dinge gekommen, was er gemacht hat. Und mir schwebt halt so vor, ein zukünftiger Bürgermeister müsste eigentlich ein Coach sein. Ein Coach sein, ein Ermöglicher sein, der zum Beispiel die Leute tun lässt. Und sagt, animiert, macht was, tut was, bringt eure Ideen ein, ich unterstütze euch dabei. Wo darf ich euch helfen? So schwebt mir das vor. Ganz so weit ist es noch nicht mit meinem Bürgermeister, aber vielleicht hat er schon ein bisschen anzogen, weil er es zulässt, dass ich ein Symposium machen darf. Das war ja bisher nicht möglich. Noch dazu unter diesen Beteiligten, was da sind. Wir haben uns, beziehungsweise dadurch, dass ich sehr viele Menschen immer wieder kontaktiert habe, mit ihnen gesprochen habe, haben gesagt, pass auf, wenn du so etwas zusammenbringst, dass wir uns in einer Gemeinschaft einmal wiederfinden und miteinander reden könnten, ich wäre dabei. Mittlerweile habe ich so circa 140 Leute auf meinem Mail-Server drauf, eine Verteilerliste. Dann habe ich das erste Mal eingeladen, habe mir gedacht, nimmst du gleich ein größeres Lokal, weil da werden gleich einmal 50 oder 100 Leute kommen, weil ich sie eingeladen habe. Aber ihr wisst es schon, da kommen meistens nur 6, 7, 8. Einmal hatte ich 15 Leute, aber einmal war ich schon sehr zufrieden. Aber im Hintergrund betrachtet war das so richtig, dass nicht mehr gekommen sind. Weil da sind so viele Fragen gekommen, wir hätten uns zerfledert. Und nicht nur Fragen sind gekommen, sondern jeder hat so viel Input gehabt. Jeder hat seine Story wollen erzählen. Jetzt haben wir bei 6 Leuten, kannst du leichter die Story anhören als bei 50. Das wissen wir auch. Aber dann beim siebten Mal einladen ist schon gekommen, die Unruhe. Wir erzählen uns immer das Gleiche. Aber ich habe gesagt, da sind immer wieder neue Leute dabei. Da müssen wir ja wieder von vorne beginnen und das durchkommen. Nein, wir wollen schon etwas tun. Es müsste schon etwas anderes passieren. Aber ich sage, okay, weißt du was? Also meine Idee wäre so ein Symposium zu organisieren, wo wir die ganze Breite einladen, um die Menschen in Feldbach oder im Raum Feldbach zu informieren. Was gibt es alles am Markt? Was gibt es alles für Aktivitäten im Hintergrund, was ihr in den normalen Medien zum Beispiel kaum hört oder überhaupt nicht hört? Ja, wie würde man das angehen? Wir haben ja kein Geld und solche Sachen sind immer gekommen. Und dann habe ich ihnen einen Vorschlag gemacht, habe ihnen ein Konzept darauf geschrieben, wen ich einladen möchte, weil ich die alle kenne. Ja, dann waren sie begeistert. Aber ich sage, jetzt brauchen wir aber eine übergeordnete Überschrift. Und meine Überschrift wäre, du brauchst ein übergeordnetes Visionsziel, dass wir uns treffen können. Das Visionsziel ist folgendermaßen, Weltfrieden. Also das ist ein Grundbedarf für uns in der Zukunft. Weltfrieden, Welternährung, Grundbedarfsabdeckung für alle Menschen auf der Welt. Weltbildung. Wir müssen uns bilden, dahin zu kommen, dass wir das wirklich durchziehen können. Und Umweltschutz. Wir können da unsere Welt nicht an die Wand fahren. Das geht doch nicht. Wir verschmutzen sie. Das Recycling, was wir tun, ist ja auch noch stümperhaft. Meine Idee wäre beim Recycling, dass du, wenn du schon etwas produzierst oder erzeugst, dann müsste schon ein Recyclingsplan dahinter stehen, wie das dann verwertet wird. Dass wir es nicht nach Afrika schicken müssen, damit die dort unten ausbaden. Wir hätten 500.000 Arbeitslose. Das wäre ein klassisches Konzept zu machen, die zu engagieren. Die brauchen nur vier Tage arbeiten in der Woche und das noch ein paar Stunden. Wäre schon viel gedient. Beiden Teilen natürlich. So, das ist natürlich ein hochtrabende Visionsziel, was da ist mit diesen vier Produkten. Und du brauchst eine geistige Kraft, die dich durchhalten lässt. Weil es hilft nichts, begeistert sind so schnell sehr viele Leute. Aber du brauchst ein geistiges Fundament, dass du sagst, ja, das wollen wir. Ja, dass diese Richtung gehen wir. Ich bin Segler. Wenn ich 200 Meilen irgendwo hinsegeln muss und ich sehe keinen Horizont, aber ich weiß, dass dort diese Insel ist oder ich weiß, dass dort ein Festland ist. Und wenn du Segler bist, geht das nicht immer in die Richtung zu fahren, was der direkte Weg ist. Wenn dort der Wind herkommt, kannst du nicht hinsegeln. Du musst aufkreuzen. Du musst den Wind nützen mit deiner Segelstellung, dass du dort nicht hinkommst. Aber du musst wissen, dass das dort ist. Und auf das hin kannst du deine Zielorientiertheit hinlenken. So, dann habe ich gesagt, ja, diese vier Begriffe wurden einstimmig angenommen. Ja, das nehmen wir als Visionsziele her. Diese vier, beziehungsweise das Geistige, das fünfte Ziel. Aber das muss ja Grundhaltung sein, das muss ja das Fundament sein, damit ich die anderen vier Dinge möchte. Bei diesen vier Gruppierungen haben Sie mich auch schon ganz entgeistet angeschaut. Da habe ich gesagt, natürlich ist jetzt der Auftrag an uns, bei uns selbst zu beginnen. Weil das Visionsziel ist zwar weit weg, das ist die Insel dort, wo wir hinwollen. Aber wie schaffen wir das? Wie steigen wir ein in das Boot und wie bereiten wir uns vor, dass wir dort hinsegeln können? Was brauchen wir alles dazu? Also diese Idee ist dort, aber beginnen tut es vor Ort, jetzt hier. Und das wird eine spannende Sache. So weit sind wir noch nicht. Das wird es nach dem Symposium, beginnen wir mit dieser Haltung. Nämlich, es wird sein, wie kommunizieren wir miteinander? Wie lassen wir einander aussprechen? Wie respektieren wir einander? Wie akzeptieren wir uns in unserer Unterschiedlichkeit? Weil jeder ist ja der, der dazukommt, unterschiedlich. Der hat ja andere Ideen. Wir reden zwar manchmal über das Gleiche, aber unterschiedlich in unserer Ausdrucksart. Und ich mache auch so Kommunikationsrunden im Seniorenheim, weil ich schon mittlerweile dort angelangt bin. Und da lasse ich heute die Leute ein bisschen aus sich berichten. Da sollte sich die Leute anhören, wenn sie endlich von sich selbst ihre eigene Biografie ein bisschen aufbauen dürfen. Und da ist vorher ein Publikum präsentieren und erzählen, wie es ihnen gegangen ist in der Vergangenheit. Mein Ding wird ja sein bei diesem Bürgerbeteiligungskonzept, wie erwarten wir die Zukunft? Also ich habe da schon zwei Begriffe zur Abdeckung meiner Empfindungen. Zuerst einmal die Vergangenheit, weil das brauchen wir auch. Aber zielführend ist nur die Zukunft. Was brauche ich heute, was muss ich heute umsetzen, damit das morgen Wirklichkeit wird? Oder was erwünsche ich mir von morgen, was erwünsche ich mir von der Zukunft? Und damit möchte ich mich mehr beschäftigen. Und dass das auch meine Mitdenker oder diese, die sich dazu bereit erklärt haben, da mitzuwirken, dass die das auch denken lernen. Die Vergangenheit zu lassen, weil die Ist-Situation kennen wir mittlerweile alle miteinander. Wenn ich so die Frage gestellt habe, wie geht es euch mit euch selbst in der Jetzt-Zeit? Da ist vorwiegend gekommen, schwierig, schwierig. Aber so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Jetzt war ich gerade auf der Toilette draußen, da hat mich schon einer angesprochen. So kann es nicht weitergehen, so kann es nicht weitergehen. Habe ich gesagt, das habe ich schon oft gehört. Das habe ich schon oft gehört. Weiß ich. Was machen wir? Was machst du? Was will ich machen? Die Politiker, die Politiker oben, die Wirtschaft. Nein, die müssen umsetzen. Habe ich gesagt, ja, aber wenn denen nichts einfällt. Wie lange willst du warten, bis denen das einfällt? Sag es ihnen, geh hin und sag es ihnen. Ja, ob er es macht, weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich inspiriert. Vielleicht macht er es tatsächlich und spricht mit dem einen und dem anderen. Aber wie läuft so ein Gespräch ab? Meistens läuft das so ab. So ein Politiker, jetzt habe ich den endlich da. Und jetzt sage ich dir endlich meine Meinung darüber, was alles falsch gelaufen ist und was du alles falsch tust und 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 und. Und wir schimpfen und wir schimpfen. Und der geht immer mehr und mehr zurück. Ein, zwei Schritt, zwei Schritt und sagt, nein, mit dem Trottel möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Deswegen habe ich eine andere Strategie und sage, lassen wir uns kommunizieren. Kommunizieren heißt, lass uns unsere Wirklichkeiten austauschen. Ich unterstelle jeden Menschen, dass er eine eigene Wirklichkeit hat. Und jeder hat in seiner Wirklichkeit so 100% Recht. Jetzt stellen sie mal zehn Leute zusammen und sagen, schon, jeder hat Recht. 100% in eurer Wirklichkeit. Die glauben das nämlich gar nicht, dass er selbst Recht hat. Der will ja Konfrontation. Weil da sind wir ja bestens geübt und trainiert. Wir wurden ja so trainiert, programmiert. Also in diesem Kreis kann ich das ja sagen, weil ihr es ja wisst. Aber ich merke es in meinem eigenen Betrieb. In meinem Betrieb fühle ich mich als Dienstleister der Region. Dass ich sage, ich habe diese Ware zur Verfügung, die ihr hier in der Region braucht. Und die Kunden kommen und kaufen das bei mir. Ja, aber nachdem werde ich nicht öffentlich bewertet. Bewertet werde ich nach dem, ob ich einen Gewinn schreibe oder nicht. Weil wenn die Firma Ruckuck keinen Gewinn mehr macht, dann ist sie weg vom Fenster. Dann verzichtet die Gesellschaft auf seine Dienstleistung. Leider hat er es nicht geschafft, der Arme. Aber ich habe es ja schon immer gewusst, er ist zu groß geworden. So sind halt dann die anderen Informanten. Gott sei es gedankt, also im wörtlichen Sinne, dass man das erspart geblieben ist, dass ich meine Mitarbeiter immer bezahlen konnte. Und dass die bei der Stammung geblieben sind. Mittlerweile habe ich 20 Mitarbeiter. Vier sind produktiv. Sechzehne, die beschäftigen sich ausschließlich mit der Abrechnungssystematik. Nämlich die Buchhaltung, die Fakturierung, das Marketing, weil die müssen die Preise gestalten, die ganze Preispflege und das alles nach außen. Und der Außendienst- und Innendienstverkauf. Ja, Moment. Verkauf ist wichtig, den brauchst du ja. Ja, habe ich gesagt, in diesem System brauchen wir den. Aber in einem anderen System braucht man den überhaupt nicht, weil der Kunde selbstständig imstande ist anzurufen, beziehungsweise das Mail zu schreiben, ich brauche das, 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 bitte richtet mir das vor, ich hole das ab. Oder schickt mir das zu. Versteht ihr mich, was ich meine? Außendienst fährt mit dem Auto zum Kunden. Dann schafft er gerade sieben am Tag. Weil ich sind ja 200 Kilometer gefahren. Und dann hat er eine Arbeitszeit von vier Stunden. Also so muss ich rechnen als Unternehmer. Wenn ich dann sage, aber wenn ich deine Stundenleistung zusammenreche auf vier Stunden, also sehr unproduktiv. Sehr unproduktiv. Ja, willst du uns alle entlassen oder was? Nein, habe ich gesagt, es geht ja nicht anders. Aber wie könnten wir mehr Freundschaften mit den Firmen schließen, dass die doch mehr kaufen? Speziell diese Kunden, die was im Rundkreis von 20 Kilometer um uns sind. Weil wenn ich die alle beliefern dürfte, die was nur 20 Kilometer um sind, ich hätte mir das Ganze das spart. Das wäre umweltschonend. Und so fahren hunderttausend von Vertretern in ganz Österreich herum, um zu Kunden zu gelangen, um dort die Ware aufzuschreiben, was sie EDV-mäßig viel einfacher tun könnten. oder dies machen, dann muss er halt repräsentieren. Weil wenn er nicht vor Ort repräsentiert, ist die Firma nicht mehr vorhanden. Also das zur Überlegung. Es ist ja nicht ganz einfach im Unternehmen. Jetzt soll es die Mitarbeiter aber auch noch motivieren zu diesen Gedankengängen. Die wollen nichts hören davon. Ich kann denen gar nicht erzählen, dass ich heute da bin. Weil die würden das nicht verstehen. Hat er sonst nichts anderes zu tun? Er hat ja Arbeit daheim genug. Im Lager. Ich habe mich aber schon lange distanziert. Also mitzuarbeiten. Wie gesagt, nur drei bis vier Tage im Monat. Ich bin ja schon in Pension. Ja Moment. Soll ich Arbeiten auch noch um Pension beziehen? Das wäre ein Doppelverdienst. Dann muss ich doppelt besteuern. 50 Prozent abliefern. Da habe ich gesagt, macht ihr den Kram, das was ist. Und ich versuche mich anderwertig zu engagieren, um meine Freude noch im Leben zu genießen. Ja, in diesem Sinne gibt es von euch Fragen an mich. Weil sonst bin ich im Monolog. Ich könnte aber noch einen Haufen erzählen von mir. Was für Geschichten wollt ihr noch hören? Ich schaue einmal nach, ob ich da was aufgeschrieben habe. Bitte sehr. Test. Ja, wie Sie das angesprochen haben mit die Rationalität der Arbeit. Also wir dürfen rück-per-du sein in diesen Kreisen. Sehr gut. Weil der Herrgott ist mit mir auch per du. Und deswegen darf auch jeder du sagen zu mir. Weil ich bin auch per du mit ihm. Wir stammen ja alle von derselben Familie. Nein, siehst du das. Ja. Ja, Rationalität bei der Arbeit. Wie rumfahren, Nachfrage. Ich kenne das, das war den Außendienst. Gase habe ich da ausgeliefert. Und da bin ich durch die ganz Österreich rumgefahren und habe nachgefragen müssen dort, ob sie Gas haben. Ich habe eh eins zwar mit. Aber ich hätte mir das ersparen können, das anfahren und nachfragen, wenn ich vorher einfach angerufen habe. Von daheim aus. Von der Firma aus. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich einen Zahnpfiff gekriegt vom Chef. Ja, ich soll ins Feld rauszufahren, weil das kostet ja so viel Geld, das Telefonieren. Benzin hat ja gar nicht nachgedacht. Wie bringe ich da einen Chef mit Argumenten dazu, aus kleiner, dummer, angestellter, so einem überheblichen Menschen irgendwo entgegenzukommen? Gibt es da einen Trick? Es kann doch manche total stark steif in den Kopf. Da kommst du gegen Argumenten nicht an. Was macht man da? Als Arbeiter. Dass man mich schützen kann vor unnötiger Arbeit. Erstens würde ich sagen, sie können niemanden überzeugen oder du kannst niemanden überzeugen von einer Idee, was der andere hat und nicht aufgeben möchte. Weil den Schalter beim anderen gibt es nicht. Dass der die versteht. Du hast noch eine Möglichkeit zu sagen, lieber Chef, aus meiner Kalkulation heraus kostet mir das so viel, und was tun wir jetzt? Wenn wir beide Systeme parallel haben, für was entscheiden wir es? Ich fahre gerne hin. Ja, ich habe mir nur gedacht, weil ich mir erlaubt habe als Mitarbeiter mitzudenken. Verstehst du? Es wird ja nicht gewollt eben, dass man mitdenkt. Ja, aber der Chef ist nicht dazu da, dass er Mitarbeiter erzeugt. Die mitdenken, dann hat er keine Arbeit. Bei denen haben die meisten Angst. Verstehst du? Ja, das ist paradox. Und ich habe 15 Jahre gebraucht, bis sie meine Mitarbeiter so gefördert haben, dass die selbstständig den Betrieb führen. Die brauchen mich nicht. Wenn ich drei Monate auf Urlaub werde, ich gehe denen gar nicht ab. Ja. Weißt du was? Die sagen, ich sehe sie sonst auch nicht. Vogelfreiheit. Ich bin doch nicht Sklave meines eigenen Betriebes. Ich habe ja die Schuldenlast zu tragen. Wenn du das ganze Leben in Schulden gelebt hast, also Schuldhaftigkeit der Bank. Ich habe es eh nie so gesehen, verstehst du? Weil ich gesagt habe, wie will ich etwas tun für die Gesellschaft, wenn man keiner das Geld dazu gibt, dass ich etwas tun kann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da gibt es die Bank, habe ich mit einer verhandelt. Das letzte haben sie mir jetzt 2 Millionen gegeben. Habe ich ein größeres Betriebsareal gekauft, um 13.000 Quadratmeter, 4.000 Quadratmeter Hallenfläche. Der hat mir eine Zahl eingedippt. Der hat mir überwiesen bei Elektronik. Und ich muss es jetzt zurückzahlen. Real. Real. Ich muss es erwirtschaften. Das ist die Vereinbarung. Der eine gibt mir nichts und ich gebe ihm alles. Und noch dazu mit Zinsen. Weil wir müssen schon 3% Zinsen auch der Zahl zahlen. Hat sonst noch irgendwer eine Frage? Also direkt keine Frage, sondern einfach einmal ein Danke, Danke, Danke für deine Worte. Ich kann die super gut nachvollziehen. Ich bin auch in diesem Feld tätig. Du hast immer die Gemeindeaktivitäten und Bürgermeister angesprochen. Da habe ich auch ein Konzept. Und der Zugang ist dann noch einigermaßen mühsam und kann gut nachvollziehen, welchen Weg du da hinter dir hast. Und nochmals Danke. Und ich freue mich, dass wir vielleicht auch mal einen Teil des Weges da gemeinsam wirken können. Danke. Danke auch. Bin ich ganz zuversichtlich. Und ich habe aus dem Vorgespräch, oder was glaube ich für die Anwesenden noch ganz interessant sein könnte, weil das ja deine aus meiner Sicht USB ist, dass wie du jetzt die Ansprache eben speziell mit Unternehmen und Politikern machst. Also das heißt, wie du das eben machst, dass du das Interesse, wie holst du die ab. Weil das ja, wie du ja gesagt hast, wir brauchen ja alle im Boot. Und das ist ja immer so eine Sache, wie man eben die Menschen abholt. Ich tue mir da ein bisschen leicht. Ich bin mein ganzes Leben auch ein bisschen ein Clown gewesen. Clown heißt folgendes, du darfst so sein, wie du bist. Und ich habe nicht immer gewartet darauf, bis mich jemand unterhält. So, ich habe mich gleich selber unterhalten, habe ein Gaudi mit mir gemacht, nicht mit den anderen. Und die haben halt mitgebracht. Die waren mit dabei. Das, was du, Philippa, angesprochen hast, ist folgendes. Sobald du irgendwo dagegen bist, gießt du das Pflänzchen, wo du dagegen bist. Und das wird mehr. Es bringt nichts. Wenn jemand nicht gleich versteht, was du meinst, du musst warten, bis es irgendwann kapiert. Meine Methode. Wenn man es aber in kleinen Tröpfchen immer wieder den einen berichtet, dem anderen, dann wirst du als Weltverbesserer mal eingestuft. Dann wirst du mal längere Zeit belächelt. Das musst du aushalten. Weil du dir auch selber lachst drüber. Aber du kannst etwas sagen, ich habe gehört. Ich habe gehört, was ist da dahinter? Könnte nicht etwas dahinter sein? Wie denkst du drüber? Und dann kommt der andere. Ja, aber und das und hin und her. Aber wäre es nicht schön, wenn das so wäre? Was wünschen wir uns für die Zukunft? Ein gutes Leben miteinander. Eine Gefreit miteinander. Eine Gaudi. Übrigens, da gibt es ja in der Steierma gibt es eine Währung, die heißt Gaudi. Und immer, muss eine Gaudi damit. Ja, bei den Politikern ist es so, schaut her, die sind ja irrsinnig feinfühlig. Die glauben, haben das auch schon verstanden, was da läuft. Da können sie mit dem nichts anfangen, weil sie zu wenig Zeit haben, YouTube-Sendungen anzuschauen, Artikeln zu lesen, Bücher darüber zu lesen, versuchen zu verstehen, was andere denkende, mitdenkende Menschen bereits auch denken. Der will ja nur sein Kasteldenken haben, weil da muss er jetzt präsent sein. Und der kann sein über nichts, was in der Zukunft ist. Er wird ja jetzt gewählt und nur als kleine Zeitspanne. Also das wäre meine Erklärung. Deswegen sollte man auch mit diesen Leuten also wertschätzend umgehen, nicht angreifend, nicht unterdrückend, nicht verurteilend, weil dann machen wir das Gleiche, was die anderen machen. Werden wir Friedenstifter mit uns und unserer Gesellschaft? Das wäre mein Wunsch. Mit den ganzen Asylwerbern, die jetzt gekommen sind, was glaubt ihr, was man da für ein Projekt daraus machen hätte können? Wir bezahlen sie jetzt zwei, drei Jahre lang, lehren die alles, dass sie Deutsch lernen und so weiter, lassen sie nicht mitwirken, nicht arbeiten oder was? Oh, die dürfen doch arbeiten. Die dürfen arbeiten. Ein paar Stunden, maximal 110 Euro dürfen sie verdienen. Du musst es aber zwölf Euro geben, die Stunde. Die wären aber tatsächlich mit fünf oder sechs Euro happy, wenn sie nur etwas tun dürften. Nein, das darf man nicht. Weil ja dann andere eventuell diskriminiert werden, die zwölf Euro bekommen. Dann sage ich immer, Leute, das ist auch ein Blödsinn. Verstehst du, die haben ja Unterhalt und das kriegen sie eh alles zahlt. Aber die möchten sich nur ein bisschen beschäftigen. Ich war auch in der Asylproblematik einbezogen, weil ich da die Koordination gemacht habe in Feldbach, um ein friedliches Miteinander zu gewährleisten. Wir haben 120 Helfer bekommen, um diese damals 80 junge Gurschen behilflich zu sein. Wir haben sie willkommen geheißen. Nicht so wie die Merkel, was immer ihr kritisiert wird. Wir haben sie willkommen geheißen, weil sie schon einmal da sind. Ich habe sie nicht geholt. Ich habe es auch nicht wollen, dass sie da sind. Was heißt? Aber wir haben eine Möglichkeit gehabt. So, wir sind jetzt einmal da. Wir haben die Möglichkeit, sie alleine zu lassen, ab sich gestellt zu lassen. Oder wir sind ihnen behilflich, ihnen zu zeigen oder zu sagen, was wir unter Integration verstehen. Wie wollen wir, dass sie sich integrieren? Wir müssen es ihnen sagen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, ihnen behilflich zu sein beim Deutsch lernen. Da waren 30 Damen und Herren, die Deutsch unterrichtet haben. Conversation German. Das sind hochintelligente Leute teilweise dabei gewesen. Ja, es sind Analphabeten auch dabei gewesen. Wir haben jetzt einige bereits in die Ministerien aus Feldbach kommende Asylwerber. Die sind in die Ministerien gekommen, die sind dort tätig geworden. Ich habe nachher so eine Vermietung am Verpachtungshaus und da habe ich auch ein paar Asylwerber drinnen. Und einen haben sie jetzt vorgestern abgeholt. Wie ein Verbrecher. Hat sich eingesetzt, hat alles gemacht. Wir haben sogar in der Altenhilfe, haben wir die Leute ehrenamtlich drinnen arbeiten gehabt. In der Bücherei beim Traum, die haben nichts verlangt. In der Gemeinde haben wir sie eingesetzt, weil sie ja doch einen Teil verdienen dürfen. 40 Leute haben wir angemeldet, also über eine Unfallversicherung. Und die werden dann ausgetauscht, dass jeder die gleiche Stundenanzahl mehr oder weniger zusammenbringt. Und so wurden sie bekannt. Da sind Freundschaften geschlossen worden, Freizeitgestaltung realisiert worden. Jeder hat fast ein Fahrrad bekommen und und und. Es ist ein tolles Projekt draus geworden. Und das passiert, wenn man miteinander etwas tut. Miteinander füreinander, so war der Titel. Und der neue Titel wird sein und unser Bürgerbeteiligungskonzept ist Miteinander leben in Vielfalt. Das trifft es genau auf den Punkt. Alle Menschen, wir sind ja vielfältig. Wir wollen ja nicht alle gleich sein. Warum wollen wir uns alle gleich wollen? Warum wollen wir alle McDonalds sein? Eigentlich will es eh keiner. Aber irgendwie schaut es so aus, wenn du nicht gleich bist, bist du ein Außenseiter bist, wer anders bist. Es gibt keine zweite, keine dritte Welt. Wer erzählt uns das? Ja, da sind Minderbemittelte in der sogenannten dritten Welt. Aber es gibt nur eine Welt. Und wir sind alles Weltenbürger. Wenn man das versteht, dann haben wir keine Scheu mehr vor Andersartigen. Weil es sind auch Österreicher, die manchmal sogenannte Kotzbrocken auf uns wirkend werden. Jeder kennt auch so ein paar, weil es mir immer erzählt wurde, dass es das geben soll. Ich habe die alle eliminiert. Ich habe die alle austauscht. Nämlich mein Denken zu den anderen. Ich lasse die Leute so wie sie sind. Die brauchen mich nicht aufregen. Dann sage ich immer, Gott sei Dank brauche ich nicht er sein, der so ein Kotzbrocken ist. Das ist ein ganz einfaches Leben, Leute. Keine Feinde mehr zu haben. Nicht einmal ich selber bin Feind zu mir. Lustig muss ich euch sagen. Man ist richtig frei. Und diese Freiheit ist so klasse zu genießen, weil du auch keine Angst mehr haben musst vor irgendetwas. Schaut her, wir sind in der polarisierten Welt. Da gibt es alles das, was wir erleben, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Und ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Es gibt gar keine Fehler. Wir können gar nichts falsch machen. Es gibt nichts Falsches auf dieser Welt. Wir erdenken uns nur das Falsche. Es muss natürlich ein großer Aufschrei kommen, weil das ja blöd sind, was ich sage. Und das ist nicht richtig. Das muss ich euch erklären. Ich unterstelle einmal jeden Menschen, außer total kranke, geistkranke Menschen. Also ich unterstelle einmal 99,9 Prozent der Menschen, dass sie zumindest das Richtige tun wollen. Okay. Wenn ja jeder das Richtige tun wollen, braucht er eine richtige Entscheidung für sein Tun. Und ich unterstelle auch, dass jeder bei der Entscheidungsfindung das Richtige tun möchte. Also muss er die Entscheidung treffen. Wenn ich dann aber morgen oder übermorgen oder noch ein Jahr drauf komme, dass ich doch einen anderen Weg nehmen hätte können oder sollen. Ja, so schlau sind wir hinter der Rabe auch, sage ich immer, bei uns zu Hause, weil die Rabe ist ja ein Fluss bei uns. Na klar, das ist ja die Entwicklung von uns Menschen. Wir müssen drauf kommen, dass wir eine Verbesserung realisieren können. Verbesserungen. Deswegen sind wir auf der Welt, Verbesserungen zu schaffen. Das ist es. Deswegen sind wir auch hier zusammen, um Verbesserungen zu denken. Wie schaffen wir Verbesserungen? So müssen wir uns gegenseitig anhören. Und sagen, Brainstorming machen. Was sind Verbesserungen für dich? Schimpfen, das weiß ja jeder. Wir verzetteln so viel Zeit mit den Schimpfereien. Wir leben doch im höchsten Niveau. Wir leben im Garten. Edens kann man sagen. Es ist alles so schön, wenn ich heute drei Stunden gefahren bin. Wunderschön. Jedes Gebiet anders ein bisschen. Zuerst einmal durchhügelig, flacher werdend. Alles ist grün, angebaut, schön. Leute bewirtschaften das. Wir haben alles zur Verfügung. Es gibt kein Produkt, das wir mit Geld nicht erwerben können, das nicht vorhanden wäre. Wollt jemand irgendein Produkt ein, das mit Geld nicht erwerbbar ist, weil es nicht gibt. Und trotzdem gibt es eins. Ein Artikel gibt es, oder eine Ware gibt es, die die ganze Schicht, Menschenschicht als Mangelempfindung hat. Welche Ware ist das? Geld. Alle Leute haben zwar nicht Geld, obwohl wir wissen, dass es nichts wert ist, nur gratuliere. Das ist ein Glaubensprinzip. Glauben ist ja schon gar nichts. Was willst du denn glauben? Aber ans Geld glauben alle. Alle Religionen, religionsdenkende Menschen, religiöse Menschen. Alle glauben ans Geld. Ohne Geld geht nichts. Dabei wissen wir, das ist bedrucktes Papier, das ist nur 3% vorhanden. Das andere sind nur mehr eingedippte Zahlen, ein Abrechnungssystem. Und das ist unser Gott geworden. Nimm Menschen diesen Gott weg und er ist existenzunfähig. Nimm Menschen den realen Gott weg und sag, den kannst du nicht haben, weil den kenne ich eh nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich da ein bisschen im Slang, weil ich tue mir da leichter, weil es lustiger wirkt. Und ich möchte ja meinen Slang nicht ganz aufgeben, weil das ganz Hochdeutsche, das liegt mir eh nicht. Könnte ich natürlich auch, aber das ist dann aufgesetzt. Ich fühle mich so viel wohler. Gut. Schauen wir auf die Sendezeit. Ja, genau eine Minute vor. Dann habe ich wieder geschafft. Ganz toll. Gibt es aber von euch noch Fragen? Bitte, gerne. Ich habe noch was zu sagen, lieber Rudolf. Du hast ja im Juli auch noch eine Veranstaltung. Die darfst du noch mal erwähnen. Die du machst. Meißig, das hätte ich bald vergessen. Geh, gib mir so einen Folder noch rauf. Das zeige ich auch. Da hinten liegt einer. Miteinander leben in Vielfalt. Das ist ein Projekt, das am 15. Juli stattfinden wird in Feldbach. Das ist unsere Inszenierung. Und da haben wir circa zwölf Referenten eingeladen. Die Folder habe ich drüben aufgelegt. Die sind auch teilweise auf den Tischen. Das könnt ihr euch dann anschauen. Also das war die Sirene. Ich habe mir schon gedacht, das ist ein Tieflieger. Jetzt komme ich aus der Zeit. Aber das habe ich auch nicht mehr erlebt. Das stimmt schon auch. Ja, das Symposium lautet Symposium zu Gemeinwohl Zukunft. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir Gemeinwohl haben möchten, nämlich ein gutes Leben für alle Menschen schaffen, dann ist es wichtig, dass wir uns das Denken lernen, wie könnte so etwas stattfinden. Die Schwerpunkte regionaler Erfahrungsaustausch. Das ist mir ganz wichtig, dass wir einmal in der Region aufzeigen, sagen, wie ich schon vorher erwähnt habe, was gibt es alles. Und aus diesem Symposium soll dann etwas entstehen, dass eine Eigenständigkeit entwickelt wird, dass sie die Leute einbringen können, wo immer sie möchten. Ob das jetzt Gemeinwohlökonomie ist oder bedienungsloses Grundeinkommen oder sonstige angesprochenen Referenten, die bereits tätig sind in diesen Bereichen Schenkwirtschaft oder Regionalgeldsysteme und, und, und. Es hat dann keiner mehr bei uns in Vellbach die Möglichkeit, über irgendetwas zu motschgern, weil wir haben ein breit aufgelegtes Bürgerbeteiligungssystem. Da kann er sich einbringen. Also Leute finden und soll ich seine Projekte vorstellen. Das ist dann wünschenswert. Weil dann werden wir eine aktive Gemeinde sein. Und der Bürgermeister braucht nicht mehr zu warten, bis die Leute kommen und sagen, hätten wir gerne eine Unterstützung. Und der kann dann sagen, ja, in was für einer Möglichkeit 500.000 oder 2 Millionen. Aber in welcher Währung habe ich nicht dazu gesagt. Aber die ist ja unendlich zu verfügen. Wir können alles drucken oder aufschreiben. Einfach nur die Zahl. Dann reicht das schon. Aus Geld wissen wir, Geld hat noch nie etwas erzeugt. Sondern nur wir Menschen mit unserem Denken, mit unserem Engagement, mit unserem Tun, haben wir diese Welt erzeugt, was jetzt derzeit für uns sehbar und erlebbar ist. gemacht hat. Und wir haben so viel erzeugt, dass wir es bereits wegwerfen müssen, weil wir eine Überproduktion realisiert haben. Und deswegen müssen wir nur 40 Stunden arbeiten. Wenn wir nur das arbeiten müssen, was tatsächlich gebraucht wird, gebraucht, nicht Bedarfsentwicklung erzeugt, damit es gekauft wird, irrsinnig beworben wird, weil das auch auf dem Geld kostet, damit wir es hinterher wieder entsorgen in unseren Kellern oder Dachstühlen oder sonst irgendwo. Dann kommt wieder die Feuerwehr, holt es ab und deponiert es wieder auf den Flohmärkten und gibt es in Ungarn zur Verfügung, weil wir dort in der Nähe sind. Ja, die Hauptreferenten werden sein, dort unser Herr Bürgermeister, Vielfalt, Fluch oder Segen. Dann kommt der Franz Hörmann. Dann kommt der Günter Beham. Werte voll leben. Und der Herr Paul Zulehner, der aus Wien stammt. Den kennen Sie auch alle. Ja, es freut mich, wenn der eine oder andere kommen würde. Die Prospekte liegen auf. Ich werde E-Mail-Sendungen rundherum geben. Bitte die weiter zu transferieren. Bitte weiter zu geben. Ich erwarte mir so 300 bis 500 Leute bei dem Symposium, das so ablaufen würde, dass parallel dazu immer die Vorträge sind und die Leute haben dann die Möglichkeit, sich draußen an den Ständen, wie es da auch stattfindet, zu orientieren und nähere Informationen einzuhalten. Gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Kulowitsch. Es war sehr erfrischend, inspirierend auf der einen Seite und auf jeden Fall informativ. Dankeschön. Wir werden um 12 Uhr pünktlich mit dem Herrn Bachheimer weitermachen. Das heißt für uns jetzt 10 Minuten Pause, bis alles wieder weiter organisiert ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das erste Okidok-Medium-Festival von Klaus Glatzer. Beanstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer Fein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmark. Das erste Okidokrafen ist nicht mehr genug. Das erste Okidokrafen ist nicht mehr, oder? Das erste Okidokrafen ist nicht mehr, oder? Das erste Ohr ist ein bisschen mehr. In 1.7 Uhr und 2.0 Uhr dauert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020